Industrie 4.0 mit Sicherheit. Ziele definieren und Prioritäten setzen. CI-Akteur Dirk Pinno zu grundlegenden Aspekten der erfolgreichen betrieblichen Transformation. Erschienen auf datensicherheit.de 20.08.2019 Entscheider in kleinen und mittleren Unternehmen, KMUs, werden seit Jahren mit einer Flut von nebulösen Begriffen geflutet. Big Data, Cloud, Digitalisierung, Industrie 4.0 und Internet der Dinge und Dienste, Künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Als Teil von Wertschöpfungsketten wird es für KMU-Geschäftsführer heute immer deutlicher, dass sie auf Dauer nicht abseits stehen können und zeitnahes Handeln geboten ist, um nicht abgehängt zu werden und entkoppelt vom Fortschritt im Gestern zurückzubleiben. Akteure des Clusters Industrie 4.0 werden künftig einmal in der Woche in einem persönlichen Beitrag auf Aspekte der sogenannten digitalen Transformation und ihre Risiken wie Erfolgsfaktoren und Chancen eingehen. Den Anfang macht DS-Herausgeber und CI-Akteur Dirk Pinno mit einem Impuls zu Fragen betrieblicher Zielsysteme im Kontext der Wechselwirkung von Menschen, Organisation und Technik. Ab Herbst 2019 Spezialseminare für Entscheider mittelständischer Betriebe. KMU-Entscheider ahnen, dass diese digitale Transformation Ressourcen verzehren wird sowie Risiken birgt, aber ein kalkulierbarer, erfolgreicher Abschluss noch nicht wirklich fassbar ist. Pinno wirft einen Blick zurück in die 1970er Jahre. Wurde nicht schon bei der sogenannten dritten industriellen Revolution davor gewarnt, dass die damalige Elektronisierung der Produktion in gewachsenen Strukturen eher zu einer teuren Verschlimmbesserung, denn zu einer betrieblichen Optimierung, das heißt einem Zuwachs an Effizienz und Effektivität sowie Sicherung der Zukunftsfähigkeit führen würde? Wer nun aber in einem KMU Führungsverantwortung trägt, muss gezielt handeln und sich bewusst zurückhalten, sowie dann auch alle daraus resultierenden Folgen tragen. Denn ein bloßes Aussitzen und passives Abwarten kann nie die Lösung sein, sonst wären sie ja Unterlasser und kein Unternehmer. Sie würden sich treiben lassen und Fremdbestimmung ausgesetzt sein. Für Inhaber, Geschäftsführer und Bereichsverantwortliche aus mittelständischen Betrieben und Non-Profits-Organisationen, die auch in Zukunft ihre Wertschöpfungskette bzw. Wirkungspotenzial erfolgreich entfalten möchten, bietet das Cluster Industrie 4.0 über sein Expertennetzwerk ab dem Herbst 2019 regelmäßig Spezialseminare an verschiedenen Orten in Deutschland mit den Schwerpunkten Organisierte Sicherheit, Digitalisierung und Vernetzung sowie sichere Transformation ihres Unternehmens an, eingerahmt in einen Vorabend-Workshop und einen Beratungstag mit individuellen Abschlussgesprächen. Herr im Haus bleiben, auch im KMU 4.0. Die Einführung neuer Technologien und Managementmethoden geht offensichtlich häufig mit der Fokussierung auf einen Hype einher. Wer nun im Laufe seiner unternehmerischen Tätigkeit schon viele Modebegriffe kommen und wieder gehen sah, könnte sich daher fragen, ob nicht auch Industrie 4.0 ein solcher phrasenbasierter Hype ist. Manchen kommt dabei eventuell der Spruch neuer weinenden alten Schläuchen in den Sinn. Industrie 4.0 erschien in der Tat noch vor wenigen Jahren als akademische Liebhaberei, inzwischen ist sie aber durch das Zusammenwirken von Wissenschaft, Wirtschaft und Selbstpolitik schwungvoll in Gang gekommen und wird sich rasant weiterentwickeln. Für KMU stellt sich also nicht mehr die Frage des Ob, sondern nur noch von Wann, Wie und Wer, sowie zunächst des Warum im Sinne einer Anpassung des betrieblichen Zielsystems. Ein Zaudern, ein ängstliches Abwarten, könnte zu einem Aufschieben von wichtigen und zunehmend auch dringenden unternehmerischen Entscheidungen führen. Auch ein KMU kann nicht in die Vergangenheit zu alter Wirtschaftswunderherrlichkeit zurückkehren. Denn auch ohne selbst international tätig zu sein, steht es heute im globalen Wirkungsbezügen, schreitet die Technik voran, steigen die Erwartungen der Geschäftspartner sowie Kunden und ändern sich Rechtsprechung wie auch Standardsetzung. Ein KMU, das sich bisher zurückgehalten hat und mit der digitalen Transformation konforziert ist, steckt im Prinzip in einer Krisenphase. Das heißt, die Inhaber bzw. Geschäftsführer sind zur Aktivität und Entscheidung aufgerufen, um auch noch in Zukunft das Steuer in der Hand zu behalten und erfolgreich zu sein. Allumfassende betriebliche Transformation methodisch und möglichst sicher realisieren. Als treffender Vergleich bietet sich hier ein kleines Schiff in einem aufkommenden Sturm an. Der Kapitän kann dem Befehl geben, mit aller Kraft zu versuchen, das Sturmgebiet zu verlassen bzw. zu umgehen oder aber auf kleine Fahrt zu gehen, quasi auf eine sogenannte Rückfallebene, um dort Kräfte und weitere Informationen zu sammeln und dann aber im richtigen Moment gezielt zu handeln. Zielorientiertes Handeln indes setzt voraus, überhaupt persönliche und betriebliche Ziele möglichst konkret definiert zu haben. Der dem US-amerikanischen Schriftsteller Mark Twain zugerechnete Ausspruch, nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren haben, verdoppeln wir unsere Anstrengungen, mag hier als Warnung gelten. Daher müssen im Spannungsfeld der digitalen Transformation mehr als schon zuvor die Prioritäten richtig gesetzt werden. Definition eines betrieblichen Zielsystems und dann zunächst um den Faktor Mensch, Gesellschafter, Belegschaft, Geschäftspartner, Kunden oder Öffentlichkeit kümmern, danach um die Orga-Aspekte und schließlich als krönenden Abschluss um die Technik im Sinne der Akquise und Einführung. Aber ein grundlegendes Verständnis für die neuen Technologien ist bereits vorab nötig, denn diese wechselwirken mit Menschen und Organisationen. Wer das verstanden hat, weiß auch, dass die digitale Transformation mit nicht nur eine technische, sondern auch eine kulturelle und organisatorische Herausforderung ist. Ein Betrieb fit für die Industrie 4.0 zu machen, um auch in den kommenden Dekaden erfolgreich am Markt bestehen zu können, muss alle mitnehmen, allein sogenannte cyberphysische Systeme zu erwärmen und zu vernetzen, dann aber alles andere zu belassen wie zuvor, wäre fatal. Die CI4-Akteure haben sich auf die Fahne geschrieben, insbesondere dem deutschen Mittelstand zu helfen, diese umfassende Transformation methodisch und möglichst sicher anzugehen und hierzu Schulung, Beratung und Projektleitung anzubieten. Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der Homepage des Clusters Industrie 4.0 unter http//www.cluster-industrie-40.de Die CI4-Akteure 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 Die CI4-Akteure